Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Lorenz Hölscher. Ich arbeite schon lange als Dozent für die Microsoft Office-Programme und ich möchte Ihnen hier im wöchentlichen Wechsel verschiedene Tricks präsentieren, wie Sie sich das Arbeitsleben damit leichter machen können. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Würfelspiel, ob der jeweilige Tipp nun genau das ist, was Sie gerade brauchen. Deswegen gibt es nicht ein einziges großes Video, sondern jede Woche einen von vielen kleinen Tipps. Da ist dann bestimmt etwas für Sie dabei. Ich werde also aus Ihrem einen großen Video ganz viele kleine machen. Vielleicht wirfle ich nicht mit jedem davon die höchste Punktzahl, aber auf jeden Fall wird ein geeigneter Treffer für Sie dabei sein. Die jeweiligen Tipps sind klein und effektiv und Sie müssen sich nicht ein komplettes Videotraining ansehen, sondern finden wöchentlich eine gute Idee, um Ihren Arbeitsalltag mit Microsoft Office zu verbessern. Die Themen reichen von römischen Zahlen in Excel über kombinierte Formen in PowerPoint bis hin zu automatischer Nummerierung in Word. Ich möchte Ihnen dabei sowohl einfache Lösungen für altbekannte Probleme geben, als auch Anregungen für ganz neue Aspekte in Ihrer täglichen Office-Software. Natürlich ist Geschwindigkeit keine Zauberei. In fünf bis zehn Minuten ist jeweils genug Zeit, um alles detailliert zu betrachten. Bei Bedarf zeige ich Ihnen auch gern noch mal ein zweites Beispiel. Nehmen Sie etwa diesen Würfel. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, daraus viele kleine Würfel zu machen. Und die gleiche Technik macht aus diesem schwarzen Würfel einen weißen. Viel komplizierter wird es in den Videos auch nicht werden. Ein passender Befehl, eine clevere Tastenkombination, die richtige Handbewegung. Oft ist die Lösung nur einen Klick oder einen Blick entfernt und Simsalabim haben sich das Office-Leben wieder vereinfacht. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und wünsche Ihnen viel Spaß beim aufmerksamen Zuschauen.